Hi und willkommen zu meinem Video. Entschuldigt, das ist echt kalt bei uns. Man merkt, dass langsam der Winter anfängt. Deswegen habe ich mir auch schon Kaba gemacht. Ja, ich wollte euch etwas von meinem kleinen Nebenprojekt erzählen. Es war ein bisschen nerdy, ich gebe es zu, aber ich habe mich einfach mal, neben meinem riesengroßen Zimmerprojekt, brauche ich irgendwas, was mich ablenkt von den ganzen Sachen, die da so sind und wo da alles noch so zum Denken ist. Und darum habe ich mir dann gedacht, ich überlege schon seit Jahren und jetzt habe ich es eigentlich noch nie gemacht, aber ich glaube, ich baue mal einen Computer zusammen. Und ja, ich habe dann mir Videos angeguckt, so ganz viele im Internet, so nach dem Motto Ihhh, was ist denn das für ein Vieh? Nein, nicht das, also Ihhh, da war gerade so ein Vieh. Ich habe dann so gefühlte 101 Videos geguckt erst mal, da habe ich mir gedacht, okay, ja, jetzt habe ich so eine ungefähre Ahnung, was das ist und was da sein könnte. Und dann habe ich auf eBay Kleinanzeigen, bin ich losgegangen und habe halt mit jemandem verhandelt und habe dann den darum gebeten, ob er mir den dann bringen könnte, was er auch getan hat, dass ich sehr nett fand und dann habe ich auf jeden Fall einen Computer gekauft. Für, ich glaube, 80 Euro. Ähm, dann habe ich so das Gehäuse von dem Computer gesehen und ich muss zugeben, es war so, äh, ich hätte mir das jetzt nicht ins Zimmer stellen wollen. Und ja, dann habe ich, also ursprünglich war es so der Gedanke, ich kaufe einen Computer, rüste ihn noch extrem auf und dann ist die Sache durch. Ähm, aber dann durch die, durch das Gehäuse war dann so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ne, also habe ich mir dann gedacht, okay, neues Gehäuse muss her. Also bin ich los auf Amazon und habe mir ein Quietsche-Rosa-Gehäuse gekauft. Ähm, eine Sekunde, ich kann euch ja Bilder zeigen, das ist ja das Schöne, wenn wir uns dann, oh, meine Tastatur ist verschickt. Ja, entschuldigt, ich zeige euch das dann gleich. Ähm, dann zeige ich euch auch noch so ein paar Sachen, die ich dann mit dazu bestellt jetzt habe und so alles. Ich werde euch jetzt einfach komplett, das ist das Schöne, wenn man Amazon nutzt, dann kann man, ähm, ist alles an einer Stelle und man hat es dann. Ähm, ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mir für, bei mir waren es noch tatsächlich, glaube ich, weniger, aber auf jeden Fall für um die 37, dieses Gehäuse gekauft habe. Habt ihr in meinem Video vielleicht vorher schon gesehen. Und ja, das fand ich dann total schön und fand, vor allem, ich dachte mir, so ein rosa PC, das ist doch voll cool. Wenn man ein rosa Zimmer hat, braucht man auch ein rosa PC. Ja, ist einfach so. Braucht man, ne? Ja, ähm, dann habe ich auf jeden Fall angefangen, das zu bauen und habe dann so gebaut und gebaut. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ja, ähm, eigentlich, wenn ich mir das so überlege, wäre das Beste, dass ich dann, auf, ähm, dass ich dann, wenn ich dann den fertig gebaut habe, dass ich dann eine SSD-Festplatte einbaue, damit der schneller wird. Aber, da habe ich so gedacht, okay, nein. Also, ich will keine Terabyte-Festplatte, weil das ist viel zu viel, weil es geht ja nur darum, dass ich das System und vielleicht noch ein paar Programme. Also habe ich auf meinem PC, den ich habe, geguckt, was der so ungefähr für eine Größe hat. Und der hat ungefähr so 480. Dann habe ich mir gedacht, okay, 480 abgezogen, die Sims und alles, was dann noch so drauf ist, weil, ähm, das rechnet alle Programme mit. Da bist du dann wirklich bei allem. Und dann, wenn ich dann 480 rechne, müsste eigentlich eine 400, also eine 500er-Festplatte reichen. Und dann habe ich mir die von Crucial eine 500er-SSD dazu gekauft. Weil der hat ja, der hat ein Betriebssystem drauf und der Plan ist von mir, dass ich das Betriebssystem dann klone, also kopiere, dass ich es dann auf einer anderen Festplatte habe und dann mit der das einbaut. Das war der ursprüngliche Plan. Ja, dann habe ich, äh, den PC gestartet im Rosa-Gehäuse, nachdem ich dann ins Mainboard alles rüber gebaut hatte. Und es tut sich nichts. Das hat er einfach nichts getan. der startet. Und dann macht er so Also, habe ich, äh, im Internet mal nachgelesen, woran kann das liegen, was ist der Grund. Da wurde mir gesagt, äh, mehrfach, ja, kann am Mainboard liegen, kann da dran liegen, kann am BIOS liegen, kann an allem liegen. Ich dann schon so, okay, dann habe ich so gedacht, okay, gut, kein Problem. Das Teil hat alles, was es braucht. Es hat RAM, es hat einen Prozessor, es hat dies, es hat das. Es hat sogar eine Grafikkarte drin, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Also habe ich mir dann einen Fischplattenkabel, habe ich mir dann noch ein paar Fischplattenkabel gekauft, damit die dann, die nennen sich SATA-Kabel. Und habe dann noch, habe dann auf jeden Fall mir gedacht, okay, gut, ein neues Mainboard muss her. Elena, die ja noch nie einen Computer zusammengebaut hat, hat einen riesen Fehler gemacht beim Kauf vom Mainboard. Ich habe dann mir ein Mainboard gekauft, weil mein Gedanke war so, Mainboard ist Mainboard, da muss man ja nichts wissen. Da, das ist ja einfach eins, und dann kann man da alle Prozessoren draufklatschen, die es dieser Welt gibt. Habe ich mir dieses wunderbare Asus Mainboard gekauft. Und habe dabei was sehr Wichtiges und sehr Entscheidendes, was ich bis dato, also ich wusste es noch nicht, wenn ich noch nie einen PC zusammengebaut habe. Ich dachte, es gibt Intel. Intel, alle Prozessoren dieser Welt sind Intel oder von die neuen M-Irgendwas-Chips von Apple. Aber das stimmt nicht. Das ist tatsächlich, das stimmt nicht. Es gibt tatsächlich in der Zwischenzeit eine andere Firma, die nennt sich AMD. Und die hat dann andere Chips. Also andere Prozessoren. Also was mache ich? Ich ziehe los und gucke, was so ein Prozessor kostet. Erster Moment so, zweiter Moment okay. Dann habe ich auf jeden Fall mir jetzt noch diesen Prozessor bestellt. Also, ich sag's jetzt mal so, von dem ursprünglich gekauften PC für dieses Projekt, ist jetzt im Moment, Stand heute, nur noch ganz wenig übrig. Ja, ähm, dann habe ich auf jeden Fall zusätzlich, das, oh, die kommt sogar schon morgen an, äh, habe ich mich dann entschieden, ähm, ja, zweimal 8 und einmal einen 16er RAM noch dazu zu bestellen. Und da ist jetzt folgender Plan. Mein momentaner PC hat vier Steckplätze. Und da würde ich dann die RAM aufpowern, damit der mehr RAM hat. Und die 16 RAM, die in dem drin sind, kommen dann in meinen neuen PC rein. Damit ich dann einfach, ja, dann habe ich wieder mehr RAM in dem da. Und der neue, der braucht ja nur 16 RAM, weil das ist, wenn, dann nur Mini-Gaming, also so Spiele, die auf dem uraltesten Gerät laufen würden. Und eben, ähm, hauptsächlich Video gucken und so Zeug. Also, Office, ein bisschen Multimedia. Ähm, dann habe ich noch in den neuen PC-Welt, dann hat's mir gereicht. Dann hab ich gesagt, jetzt butter ich rein, damit sich einmal gebuttert. Und dann ist richtig, dann ist er fertig, hoffentlich. Dann habe ich noch eine 2-Terra-Festplatte von, äh, Barracuda. Die ist für Gaming optimiert, damit, die ist halt einfach ein bisschen schneller und alles. Und die habe ich jetzt tatsächlich im, äh, Gebrauchtmarkt von Amazon gekauft. Und hab geguckt, wie die ist. Und das Einzige, was an der und Unterschied ist zu den anderen, ist, die ist neu vom Prinzip, aber halt die Verpackung hat eine Delle. Also, das stört mich nicht. Dann habe ich noch ein Kabel, damit ich, äh, boah. Dann gibt's, hab ich noch ein Kabel, ah, DHL. Okay, da muss ich dann damit rechnen, dass es, äh, ja. Dann habe ich noch ein Kabel für, damit ich meine Festplatte dann, wenn's dann da ist, dass ich die Daten übertragen kann, weil, sowas habe ich noch nicht, brauchen wir aber für diese Geschichte. Das wird dann eben reingestopft, dann kannst du da einen PC anschließen, dann kannst du deine Festplatte klonen. Dann, was wichtig ist, ach, ich bin so blöd. Ach, warum bin ich nur so blöd? Ach, Mann, oh, ich denke immer, jetzt habe ich den Spachtel vergessen. Wärmepaste, das brauchst du für den Prozessor, damit der nicht überhitzt. Und da habe ich mir eine Wärmepaste bestellt. Und, weil ich ja schon einen rosanen PC habe, habe ich mir noch eine quietsche, süße, gelbe Katzentastatur dazu bestellt. Und, ja, ähm, ja, das war dann alles, was ich da so für den Moment drin habe. Ich hab noch den Plan, wenn ich dann irgendwo finde und irgendwo es das gibt, vielleicht noch einen rosanen Bildschirm. Und noch so andere rosa Sachen. Einfach einmal ein komplett rosanes Setup zu haben für mein Leben. Aber das ist jetzt nicht jetzt, wo jetzt dann kommt. Und, ja, dann werde ich voraussichtlich am Freitag kommt dann mein Prozessor an. Und dann kann ich den dann und alles zusammenbauen und hab dann am Samstag einen PC, wenn alles nach Plan läuft. Wenn, wenn, das Wörtchen, wenn nicht wäre. Ja, aber es ist halt jetzt wirklich so. Und, ähm, ja, da ich ja jetzt eigentlich an und für sich zwei PCs habe, bin ich noch am überlegen, ob ich einen Bekannten schreibe, ob er mir noch ein Gehäuse hätte und ein zweites Netzteil, also so ein Stromsteckding, um dann einen zweiten PC noch zu haben. Aber die Frage ist, da gibt es dann drei Varianten, was ich mit dem machen würde, wenn ich den, den ursprünglich 80 Euro PC wieder zusammenbaue. A, ich würde ihm meinen Vater überlassen, dann hätte er, oder meiner Mom unten. B, ich würde ihm meiner Großmutter überlassen oder C, ich hab extra keine Ahnung. Aber, ja, vielleicht nehm ich mir auch einfach nur die Teile raus, die wertvoll sind und schmeiß den Rest dann weg. Aber, ja, klingt jetzt so furchtbar, wenn ich das so sag. Aber, ich habe halt echt noch gar keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich werde es nachher mal mit meiner Mom bereden, ob sie Interesse daran hat. Und wenn sie Interesse hat, dann baue ich ihr Ding gerne nochmal zusammen, weil ein Gutes hat es. Durch all die Katastrophen bin ich jetzt eine unglaublich gute PC-Bauerin geworden. Also, ich weiß jetzt, was man alles falsch machen kann. Ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt schon viel mehr Übung als nur vor kurzem. Und, ja, im Grunde war mein Fehler, dass ich ein zu großes Mainboard in einem zu kleinen PC gebaut habe. Und, ja, mal sehen. Ich hoffe, dass der dann sich, dass der sich dann am Freitag starten lässt. Und, ja, jetzt kann ich nur das Beste hoffen. Ja, das war es zu meinem PC-Projekt. Ich wollte euch einfach mal von meinem Nebenprojekt ein bisschen was erzählen. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr Tipps habt. Oder wenn ihr irgendwie noch eine Idee habt, was da so ist. Oder wieso der sich vielleicht nicht starten lässt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an diebell.redmeatoutlook.com Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss.